Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Wir sind da als Geist unterwegs und wir haben das verbittete Gemurmel, den Bluthund und den schlampigen Schlachter dabei und suchen mal die Survivor. Da wird auch schon fleißig gearbeitet. Sie hat den ersten Head kassiert. Da läuft sie. Sind die Palette? Ja. Die machen gleich kaputt. Treten wir den kurz zurück. Und kleben ihr weiterhin an den Fersen. Und den setzen wir auch zurück. Hallo? Da läuft er. Das war nix. Ah. Ich dachte schon, ich könnte auch noch einen Hit geben. Zu früh gefreut. Aber den dreht dich wieder zurück. So, er ist wieder da lang. Jetzt geht sie durchs Fenster. Ups. Und er ist mir in die Arme gelaufen. So, du kommst durch mit. Da höre ich die andere gleich noch jammern. Die ist in der Nähe geblieben. So, du kommst hier ran. Da ist sie. Da ist sie. Sie zielt halt auch die Palette nicht gleich. Jetzt. Falsche Seite, meine Liebe. Ich drehe den hier kurz zurück. Ich habe leider keinen Kopf. Und du kommst jetzt in den Haken, den der Felix gerade freigemacht hat. So, du denkst. Da ist jetzt keiner mehr. Nee. Hat getäuscht. Sind sie da? Treten wir hier gegen. Dort wurde schon gerettet. Hallo? Jetzt hat sie den Hit kassiert. Da wurde die Palette gezogen. Weiß der Geier warum. Sie zieht auch schön, die Palette. So, da sind sie zu dritt. Ich will aber sie hier haben. Die andere war verletzt. Das heißt, die hing schon mal. Ja. Dankeschön. Funktionieren in 90% der Fälle. Eintäuschen. Und aufsammeln. So, das fange ich jetzt hier her. Dass sie erst einen Gen geschafft haben, bewundert mich jetzt doch ein bisschen. Da drinnen wird gearbeitet. Ach Gottchen daneben. Da drinkt, jumpt, da drinkt, jumpt. Das war nix Aber der ist drauf Da ist sie ja Nein, ach du hast n Glück Ich treff heute nicht so sonderlich gut Aber wenn ich treffe, dann treff ich Na? Hm, Haken Da vorne ist ein Haken Die haben erst einen Chen geschafft Ich will sie ja nicht verschreiten, aber Ja Jetzt So, da treten wir gegen Dann gehen wir wieder unsichtbar Und eilen Über die Map Auf der Suche nach Den nächsten Survivor Oh Keine Sorge Ich tunnel dich nicht weg Nächster Chen ist durch Da habe ich mich doch ein bisschen zu früh gefreut Hard und Name Ich hab dich trotzdem Da geht's nicht rein Da geht's rein So, Haken Habe ich für dich hier So, du kommst da ran Äh, ja Wo ist er denn jetzt hin? Oh Das gibt's jetzt nicht, oder? Oh, ich treffe heute nicht Jetzt habe ich dich Aufs Fenster gejumped Ja, zieh die gute Palette Ne Ah, Schande Wer denn hast du denn jetzt? Ähm Felix Ja Er hat die gute Palette gezogen Das heißt, ich kann sie jetzt nicht mehr drauf kriegen Und kann dich in aller Ruhe wegbringen So So, du kommst hier ran Argen, ne? Die sind alle da drüben Guck ich mal, ob der Felix hier geblieben ist Sie sieht nicht so aus Oh Hallo Meine Liebe Ist er jetzt ehrlich retten gegangen? In deinem verletzten Zustand? Ach, Felix So Das hänge ich jetzt hier hin Die anderen können ja noch nicht weit sein Ich höre niemanden Ich geh da jetzt mal Dann rüber Gucken wir mal, wer den jetzt abgehangen hat Da jammern sie irgendwie alle Ach Gott Und ich treffe nicht Ich treffe einfach nicht Ja Die hat sich noch hochgeheilt Äh, wo ist denn die jetzt lang? Da ist er Hm Hat im Nehmen So, komm her, meine Liebe Jetzt bist du down Jetzt hab ich dich So Du kommst An den Haken hier Wo wurde hier denn jetzt Wo wurde hier denn jetzt Umflug gemacht, hm? Die ist tot Da wird nicht gearbeitet Da mach ich jetzt mal auf Da wird gewerkelt Die ist nix So So, ich geh jetzt mal stark davon aus Dass der gleich zurückkommt Der ist nämlich weit Ja, ich hab dich gesehen Du kleine Ruhe Machst du meine Shannon Ruhe Wo immer du auch bist Das Pech ist halt Ich sehe sie halt alle drei Hallo Hallo Da hättest du drauf Sie läuft mir halt auch richtig schön rein, ne? So, dich nehm ich mit Hänge ich hier an den Haken Und versuch nochmal gegen den Film zu treten Bevor sie den hier fertig kriegen Und schon wieder was gemacht Komm Und es wurde gerettet Da läuft die Verletzte Ah, hab ich dich So, wo bist du jetzt hin? Eine Runde ums Haus Pardon, nehm Da hast du Glück gehabt Der geht noch zurück Ja, zieh die Palette Ja, zieh die Palette So ist gut Hast du noch ne Palette, ey? Und da wolltest du jetzt hin, ne? Meine Liebe Nicht mit mir Ähm, Haken Haben wir hier Oh, Felix Hallo Ja, den Hit hast du trotzdem Komm her Komm her Komm zu mir Ja, komm Lass dich schlagen Nein, nicht den Felsen Die andere kriegt den Schellen jetzt fertig Wenn sie sich traut Tja Liegst zwar gut in der Palette Was ist denn los hier? So, da kommst du ran Ach, du bist auch tot Und die andere ist verletzt Okay Wo ist denn die Luke? Luke Nicht weg Dort hinten ist sie Wartet die schon an der Luke? Versucht die die Luke? Da, ich hör sie Ich seh sie Ich mach sie zu Die nehm ich jetzt weg Okay, Ausgänge Was sind die Ausgänge? Sie ist halt verletzt Da ist sie nicht Außer sie hat noch ein Medikit Oder Selbstheilung dabei Da ist sie Nee Heute nicht, meine Liebe Kommst mit Und ich häng mich hier ran So Und da haben wir sie alle Können wir hier irgendwo noch eine Palette zum wegnehmen? Nein Ja, da sind sie alle tot Haben aber gut gespielt Blutpunkte Das war eine perfekte Runde Oh mein Gott Wow 32.000 Double Pimp Ja Das war nice Rangmäßig Ja War in Ordnung Nee Haben gut gespielt Die Runde hat Spaß gemacht Ich hoffe ihr hattet genauso Spaß wie ich Und wir sehen uns dann beim nächsten Video Bis dann Tschüss Tschüss